Ich will im Buch der Rekorde sein, neben den krassesten Persönlichkeiten, die es gibt. Neben der Frau mit den längsten Fingernägeln, der Mann, der all diese Strohlemen in den Mund nimmt und neben Dave, der 62 Eier in 30 Sekunden mit seinem Kopf zerbringt. Warte mal, ich habe einen Kopf und Eier. Ich breche diesen Rekord. Ich habe mit dem Training gestartet, um 63 Eier in 30 Sekunden zu brechen. Den Rüberroller, den Handcracker und sogar den Wandcracker. Ich habe alle Techniken stundenlang trainiert. Ich wurde der Cristiano Ronaldo des Eibrechens. Aber auch Cristiano hat seine harten Zeiten. Das Training hat mich einfach gebrochen. Genauso wie ich jetzt diese Eier brechen werde. Die ersten Eier waren easy. Nichts konnte mich aufhalten. Ab dem 15. Ei tat mein Kopf ein wenig weh. Ah, mein Kopf! Ah! Und ab E25 begann ich zu zweifeln. Aber dann hatte ich wieder dieses Bild im Kopf. Mein Gesicht im Buch der Rekorde. Ich muss weiter dran glauben und dafür kämpfen. Mittlerweile war ich bei E30. Außer Schmerzen spürte ich nichts mehr. Und dann plötzlich der Countdown war zu Ende. Ich konnte es fast nicht glauben. Ich habe es nicht geschafft. Nein! Fuck!